Oder gemerkt? Die Welt ändert mich nicht immer so, wie sich die Stadt vorstellt. Projekte, die für sich gehalten wurden, geraten aus den Händen. Du machst sie also so stürmisch, dass ihr fährt, etwas zu riskieren. Wichtigste Decisionen müssen auch evaluiert gehen. Seit immer begleitet ich BGL BNP Paribas bei der Realisation ihrer professionellen Projekte. Helft ihr, Gelegenheiten zu ergreifen, zu innovieren. Weisst ihr neue Perspektiven. Helft ihr, die Früchte von ihrer Arbeit heranzuholen, zu schützen und zu verdrahen. BGL BNP Paribas – Bank und Versicherung für Gewalt die Anad.